Da ist die Frage dabei, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir nicht mehr in einzelnen Sektoren diskutieren können, sondern systemisch diskutieren können. Unsere Welt ist ein System, das wir nicht verstanden haben und gleichzeitig beeinflussen wir es einer Weise, dass sie wieder auf uns zurückschlagen kann. Wie verändert eigentlich die technologische Entwicklung, vor der wir nicht davonrennen können, unser Zusammenleben? Und wie können wir eigentlich unsere Freiheit in dieser digitalen Welt erhalten? Wie geht es denn eigentlich weiter in der Frage, dass Wissenschaft selbst nicht durch ihr Tun die offene Gesellschaft in Frage stellt? Das heißt, wie schaffen wir es überhaupt, gesamtgesellschaftliche Diskussionen anzuzetteln, die auch diejenigen einbezieht, die vielleicht nicht so leicht teilhaben können? Wie gelingt es einer liberalen Demokratie, die ja als offene Gesellschaft eher kompliziert ist, alle wollen mitquatschen, Entscheidungen brauchen, mehrere Durchgänge, Parlamentarismus und so weiter, zu schnellen, den Herausforderungen der Wirklichkeit angemessenen und auch radikalen Entscheidungen zu kommen? Wie müssen wir ein Grundsatzprogramm, das war ja CDU oder SPD, schreiben, indem wir sagen, wir müssen diese Gesellschaft fit machen für eine solche Zeit, wo der Mensch eigentlich der Beherrschende ist und dass unser Wachstum möglicherweise nur noch das Wachstum dadurch ist, dass wir die Fehler vorangegangenen Wachstumswieder bereinigen müssen. Eine offene Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Lage ist, vielfältigen Strömungen ein Zuhause zu geben und dass man im Miteinander Regeln findet und trotzdem unterschiedliche Arten des Miteinanderlebens, also tolerantes Miteinanderleben gewährleisten kann. Toleranz ist wahnsinnig wichtig, Neugier, Fragen, was machen eigentlich andere, das gehört alles zur offenen Gesellschaft, auch in der Wissenschaft, nicht Dogmatik, sondern Weiterfragen. Eine offene Gesellschaft ist eine, in der sich ganz unterschiedliche Menschen offen begegnen können, idealerweise auch auf Augenhöhe, nicht als Chefs und Untergebene, sondern gleichberechtigt. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist auch, dass wir Wissen, Kenntnisse, Erfahrungen offen teilen können und Wissen nicht rein strategisch zu unserem eigenen Fortkommen nutzen, sondern bereit sind, als das zu behandeln, was es in vielen Fällen auch ist, nämlich ein Gemeingut. Offene Gesellschaft ist ja ein proporscher Begriff. Ich spreche lieber von Demokratie, nicht nur als Regierungsform, sondern auch als Lebensform. Und das beinhaltet die Frage von Teilhabe. Also wie nehmen wir sozusagen auch alle nicht nur mit, sondern wie können wir Prozesse so demokratisch gestalten, dass wir über längerefristige Ziele auch diskutieren können. Wie können wir das erreichen, dass wir auch auf Dauer eine offene Gesellschaft bleiben? Zum Beispiel werden wir durch Großtechnologien sehr viel Fahrtabhängigkeiten erzeugen. Die Menschen können dann eigentlich gar nicht mehr entscheiden, aber ohne Alternative haben wir keine demokratische Grundlage mehr. Das sind die Fragen, die uns in der Zukunft sehr beschäftigen wird. Und die sind dann, wenn der Mensch immer größeren Einfluss auf die Abläufe auf der Welt nehmen, immer bedeutsamer. Es heißt ja oft, dass wir eine dreifache Krise haben in Bezug auf Nachhaltigkeit, Demokratie, die auch gefährdet zu sein scheint, und all die Fragen, die mit der digitalen Transformation auf uns zukommen. Aber sie lassen sich vielleicht auch konstruktiv verbinden. Und das müsste genau das Ziel sein, nämlich in dem Sinne, dass Demokratie ja dazu dient, dass diejenigen, die Macht haben, zur Verantwortung gezogen werden von denjenigen, über die sie Macht haben, und damit auch ein viel besserer, schnellerer Feedbackmechanismus bereitsteht, um gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Die Digitalisierung ist eigentlich eine neue Form der Technik. Die Gerechtigkeitsfrage, wie verteilt sich unser Wohlstand, ist eine basale Frage der Gesellschaft. Und der Klimawandel ist die eigentliche Herausforderung, die zwar menschgemacht, aber extern kommt. Der dürfen wir nicht ausweichen. Und deswegen würde ich es auch abschichten und sagen, die Gerechtigkeitsfrage muss gelöst werden, damit wir als Gesellschaft Zusammenhalt haben. Die Digitalisierung müssen wir beherrschen und steuern können und einsetzen. Aber gemessen wird meine politische Generation daran, ob sie den Klimawandel, das Artensterben in den Griff bekommt oder nicht. Wenn wir da versagen, haben wir als politische Generation versagt. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft mit ihren komplexen Entscheidungsmodalitäten und müssen zu einer nachhaltigen Welt beitragen. Darüber hinaus glaube ich, dass die Demokratie und Wissenschaft und Technologie in einer demokratischen Gesellschaft auch einen echten Beitrag dazu leisten können, innovative Ideen für Nachhaltigkeit zu entwickeln, weil man hier sozusagen einen Diskurs hat, der eben nicht eng geführt ist, nicht auf bestimmte Lösungen gleich fixiert ist, weil so findet man sie nicht, sondern die Wissenschaft braucht einen Freiraum und den findet sie in einer demokratischen Gesellschaft. Na ja, also eine Zeit lang hat man immer gedacht, Digitalisierung bringt Demokratie. Aber wenn man dann heute hört, dass in den sozialen Medien im Wesentlichen Schmutz verbreitet wird, es gibt auch ein paar gute Sachen, dann stimmt das nicht mehr. Also wir müssen aus technologischen Gründen die Digitalisierung ernst nehmen, wir können sie auch voranbringen, aber wir dürfen sie nicht verwechseln mit der Idee, dass je mehr geschwatzt wird, desto besser wird die Demokratie. Wie wollen wir heute eigentlich erkennen, welche Dinge nachhaltig sind und welche nicht? Welche unsere Umwelt beeinflussen, welche unser Leben beeinflussen und welche nicht, wenn nicht durch Daten, das heißt, wir sind automatisch im Bereich der Digitalisierung und dies im Interesse unseres Lebens, unserer Gesellschaft zu tun, dann landen wir sofort bei der Frage, wie wollen wir leben? Die technologischen Entwicklungen sind ja kein Zweck an sich, sondern Mittel zum Zweck. Zu welchem Zweck? Also müssen wir uns die Zielefrage stellen, langfristige Ziele und die müssen wir natürlich gesamtgesellschaftlich diskutieren. Das heißt, wie schaffen wir es überhaupt, gesamtgesellschaftliche Diskussionen anzuzetteln, die auch diejenigen einbezieht, die vielleicht nicht so leicht zuteilhaben können. In several countries of the world, there are challenges to democracy and there are challenges to elites. We've got to figure out some way to put the culture, the society back together. That's certainly true in my country. And I think that putting sustainability together with digitalization, finally democracy, is a very good way to have a big tent. Eine ganz große Herausforderung ist halt, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, in dem wirtschaftliche Macht sehr stark konzentriert ist und gerade eben nicht demokratisch zur Verantwortung gezogen werden muss. Und die Frage ist, wie können wir das ändern? Als die Kapitalisten den Staat nicht mehr brauchten als Bollwerk gegen den Kommunismus, dann sind sie arrogant geworden und haben gesagt, ja, der Markt ist sowieso besser als Staat, also können wir ruhig den Staat schlank sparen. Dann hat er auch nichts mehr zu sagen. Und dann fragt sich auf einmal das Volk, wozu sollen wir noch zur Wahlurne gehen? Das ist ein Teil der Krise der Demokratie. Wir sehen ja auch, dass diejenigen, die Politiker werden, oft aus bestimmten sozialen Schichten kommen und andere Schichten weniger repräsentiert sind. Wenn es um Teilhaberechte geht für die offene Gesellschaft, dann ist es schon in Deutschland schwierig, weil wir haben auch die Abgehängten im ländlichen Raum. Das ist schon schwierig vorzustellen und zu gestalten. Noch schwieriger wird es, wenn wir uns das international vorstellen und uns überlegen, wie können denn Menschen in Afrika oder in den brasilianischen Islams teilhaben an der offenen Gesellschaft. Und was heißt das denn eigentlich? Und welche Skalen brauchen wir, nicht nur für die Skalierung der technologischen Entwicklung, sondern eben auch politische Skalen? Also es gibt natürlich Klimaschutzziele, die natürlich international sind, aber auch die Regionen wie Lausitz eine extreme Konsequenz hat. Und wie können wir die politischen Gemeinschaften und Skalen und auch Entscheidungsfindungsprozesse so gestalten, dass sie sozusagen keine zahnlosen Tiere, sondern wirklich gestalten können. Bei sehr drängenden ökologischen und auch sozialen Problemen möchte man gerne auch schnell handeln. Und dann kommen bestimmte Leute, vor allem auch Technokraten, auf die Meinung, ja jetzt braucht man eine autoritäre Führung, die das einfach alles durchsetzt. Das ist aber ein Denkfehler. Das konnten auch die alten Könige. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich bereichert. Also mit einer autoritären Staatsform, fürchte ich, tritt man sozusagen mit dem Hinterfuß das wieder kaputt, was man vielleicht an Effizienz und Geschwindigkeit gewonnen hat. Autoritäre Regime leugnen in der Regel den Klimawandel. Und wenn man fragt, warum eigentlich nicht, dann liegt es sicherlich auch daran, dass es eher nationale oder vielleicht nationalistische Strukturen sind. Der Klimawandel und alle ökologischen Fragen sind aber eigentlich nur global zu beantworten. Und wenn man das so normativ formuliert und sagt, nur als Wertegemeinschaft der Menschheit können wir uns dieser Frage wirklich relevant stellen, dann sagt man damit eigentlich, wir brauchen eine Spielregel, wo alle mitreden können. Auch diejenigen, deren Meinung wir nicht automatisch teilen. Alle mitreden, deren Meinung wir nicht teilen, nennt man Demokratie. Die politische Sprache, glaube ich, ist ein Schlüssel zum Erfolg. Wenn es gelingt, sich auf ein Ziel zu verständigen, das viele Menschen mittragen wollen, eine Begeisterung möglicherweise auch dafür da ist, jedenfalls eine Leidenschaft, dann kann auch eine Demokratie sehr schnell handlungsfähig sein. Wenn das nicht gelingt, wenn alles zerfasert, weil keiner weiß mehr, worum es eigentlich geht, dann wird es eher schwieriger werden. Dass wir wieder eigentlich eine Balance herstellen müssen zwischen Staat und Markt, zwischen privat und öffentlich, dann haben wir wieder eine gesunde Demokratie. Ich denke, unser politisches System könnte sich verbessern in der Hinsicht, dass die Stimmen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen schneller und effektiver in den politischen Prozess einfließen. Und es gibt sehr viele Experimente mit neuen Formaten, zum Beispiel zufallsgesteuerte Auswahlmechanismen für Beratungsgremien, Demokratie-Experimente in Schulen, in Hochschulen, lokal vor Ort. Und an der Stelle, denke ich, könnten unsere Demokratien sich verbessern, um diese großen Herausforderungen in der Gegenwart besser zu bewältigen. Es muss eine Bürgerperspektive auf Digitalisierung geben. Die Digitalisierung ist ein enormes Steuerungspotenzial für Gesellschaften. Und es fragt sich dann, in wessen Hand liegt dieses Steuerungspotenzial. Und das dürfen sich demokratische Gesellschaften weder durch autoritäre Tendenzen, aber auch durch sozusagen übertriebene Sicherheitsbedürfnisse oder durch wirtschaftliche Machtkonzentration aus der Hand nehmen lassen. Wenn wir mit Pläten, die mit einem hohen See-Level, wie Miami oder Norfolk, oder mit einer größeren Frequenz von Feuerern, wie in Kalifornien, je mehr wir mit dem lokalen Level, je weniger es ist ein Problem der Ideologie. Je mehr es ist leicht, prudentierende Schritte zu nehmen, ohne zu sagen, wer ist responsible, oder ob Menschen an das. Just, was sollten wir tun? Dass wir gerade auf der globalen Ebene auch Partizipation und das Voneinanderlernen ganz anders denken müssen. Dass wir nicht davon ausgehen, wie sind hier die technisch entwickelten Länder, wir können Technologien exportieren, so wichtig das an der einen oder anderen Stelle sein mag, sondern dass wir auch lernen können und lernen müssen, wie in anderen Ländern, in anderen sozialen Kontexten, praktische Probleme, Nachhaltigkeitsprobleme gelöst werden könnten und was wir davon mitnehmen könnten. Also ein Dialog viel stärker auf Augenhöhe. Diese Umkehrungsfragen sind für mich ganz, ganz bedeutsam in einer Welt, in der der Renationalisierungsprozess voll da ist, in dem wir eigentlich nur Multilateralismus bräuchten, denn alle großen Fragen sind nicht mehr in einem nationalen Zusammenhang zu bewältigen. Es wurde akzeptiert, dass Deutschland ein Leiter, ein greener Leiter. Und das ist still, ich denke, zu einem enormen Fall, und es wird wieder wieder sein, oder es könnte wieder sein werden. Daher ist es sinnvoll, wenn wir uns jetzt nicht fragen, Ich bin besorgt, dass wir eine zunehmende Spaltung haben zwischen dem, was man weiß und dem, was man macht. Zwischen dem, was wir machen können, weil wir es wollen oder inwiefern wir schon so sind, dass man uns wollen lässt, was andere gemacht haben. Inwiefern kann man überhaupt die Rahmenbedingungen schaffen, dass Wissenschaft wirklich gemeinwohlorientiert ist und nicht irgendwelchen Interessen hinterherläuft und welche Verantwortung Wissenschaft eigentlich hat für die Transformation, aber auch für die Gesellschaft. Wie werden eigentlich aus solchen technischen Innovationen wirklich gesellschaftliche Innovationen, wie gehen wir es an, dies zu verbinden mit sozial-geisteswissenschaftlichen Aspekten, denn sonst werden wir in der Zukunft viele Veränderungsprozesse nicht mehr machen können. Ja, mit Commons meinen wir ja Güter, die von allen gemeinsam genutzt werden, aber auch von allen gemeinsam irgendwie bereitgestellt und gepflegt werden müssen. Die Frage ist, wo könnten wir solche Prinzipien sonst noch einsetzen und könnte die Wissenschaft vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Katalysator dafür sein, Commons durch ganz unterschiedliche Akteure gemeinsam bereitzustellen. Zur Wissenschaft gehört nicht nur ein Faktenwissen, sondern es gehört auch eine Reflexion über die Kontexte von Wissenschaft dazu und Wissenschaft muss sich auch selber darüber im Klaren sein, dass sie Teil eines gesellschaftlichen Transformationsprozesses ist. Also deswegen glaube ich, wir können die Probleme weder kompartimentalisieren, in Disziplinen, Schubladen stecken, noch können wir die gesellschaftlichen Kontexte einfach weglassen. Deswegen brauchen wir diesen Zusammenhang von Systemwissen über die systemischen Zusammenhänge, die sozusagen nicht unbedingt in den Blick der Disziplinen fallen. Wir brauchen das Transformationswissen, weil es gesellschaftliche Veränderungen gibt und wir brauchen ein Orientierungswissen, das uns überhaupt sozusagen eine globale Perspektive, aber auch eine Sinnstiftung ermöglicht. Und deswegen glaube ich, müssen wir die Wissenschaft schon ein bisschen anders organisieren. Sie ist sozusagen ein Rennen wie der Sport nach höher, weiter, schneller und wir müssen sie nicht verlangsamen, das können wir uns gar nicht leisten. Aber wir müssen sie diskursiver und reflektiver gestalten.